In weniger als zwei Wochen ist es endlich soweit. Am Donnerstag, den 26. Januar, ab 7 Uhr, wird der Dorfladen im Burgdorf-Ovel-Gönne wiedereröffnet. Mit dem innovativen Konzept Dorfladen und mehr. Nach umfangreichen Umbau- und Renovierungsmaßnahmen freuen sich alle Beteiligten schon jetzt auf diesen Tag. Die gemeinnützige Stiftung Lebensräume Ovel-Gönner-Mühle setzt mit der Wiedereröffnung des seit August vergangenen Jahres geschlossenen einzigen Lebensmittelladens im Burgdorf-Ovel-Gönne neue Akzente in der ländlichen Nahversorgung.